und ihr hallo wir sind wieder auf das schick weil das letzte Mal ja leider vereinflusst ein fällt war und das ist arztlich glaubst 17 oder ja für mich wird es aber weniger sein weil wir haben unterbaut gemacht aber irgendwie gab es Probleme gab es hat nicht aufgenommen wegen einem Antivirenprogramm er hat das wir auch gesagt mit dem Computer ist alles in Ordnung und jetzt habe ich das gerade nicht weg dem Lachen ich habe es geschafft irgendwie bitte wieder runter das war krank ich habe es geschafft und nötig ist was ist es immer noch da hoch zu kommen ich glaube da ist er ja und ah man schon wieder so knapp ich war wieder drauf irgendwie ich kann es gerade auch irgendwie nicht ups nein ich werde Schlagfeld nicht verlassen boah das ist doch kagel das war jetzt übelst übelst war es knapp oder was übelst weit weg knapp auf keinen Fall es geht nicht um Geld es geht um Money du hast dran gedacht was zu sagen ja man danke äh du weißt schon dass mein Speeder hier gerade mega fett raucht kiffer ey kiffer ey taulamina eh eh rauchen tut weh man würde ich sagen ich bin tot ich weiß nicht was es sollte aber ich gehe jetzt mal auf den kleinen drauf hat nichts zu tun eigentlich doch äh hab ich aufgedrückt ich weiß ich hab draufgedrückt wenn ich nicht draufgedrückt hab ich habe draufgedrückt du hast aufgedrückt Beleidigung wie wär's damit du wolltest 80 pro Sekunde machen ach so stimmt äh dieser Scheiße voll abgefickt ist und so äh nö darum hab ich jetzt auch irgendwie doch kein Bock weil 80 pro Sekunde das war ein bisschen viel naja ey jetzt bin ich ausversehen auf dem kleinen hier ich bin ich hab jetzt in Gedanken bin ich jetzt ausversehen auf den hier gegangen oh cool so dann wollen wir mal anlauf uns einmal kurz selbst sterben das tut gut oh diese Scheiße drück entschuldig wir hast du es schaffen und 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 oh das sieht gut aus ja ja süße seht ihr ja ich habe es endlich geschafft und jetzt mach ich doch was anderes hier hier starr schalzen und ein wo bleibt es wieder schafft schaft schaust euch jetzt wieder hat Ich kann leider nicht drauf schießen, aber ich bräuchte einen, hier kommt keiner. Ich schieße mit meiner Knarre drauf. Danke, ich habe ihn. Es ist explodiert. So, und ich wollte auch noch was anderes zeigen, und zwar kann man hier auch so geil hochfahren. Ich habe das ultimative Masterbook geschafft, yes. Und ich bin über die Karte. Das sah übrigens geil aus. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Dann bringe ich mich wohl noch mal schnell um. Ach, warte, das mache ich gleich. Ich komme einfach kurz hoch und bring dich um. Ja, ja, viel Spaß, ich mach's. Okay, mit Anlauf. Vielleicht schaffe ich's. Nein, schaffst du nicht. Ich weiß. Ich bin tot. Ihr könnt aber, wenn da unten ein Fahrzeug in eurer Reichweite steht, könnt ihr und ihr schnell einsteigen könnt. Hacker am 100%? Ja, hat er, das Spiel ist gehackt oder nicht? Ja, das, ach so. Schlachtfeld wird verlassen. Wen kümmern. Den Kumpur. Ah, das ist wie es uns wieder. Ich weiß gar nicht, wie du. Ich bin hier noch nie gestorben, als ich hier unten zu hochgerast bin. Äh, nun ja, du hast ja auch nicht, bist du auch noch nicht. Mit Vollgas da übersuchen hast. Doch, ich mach's eigentlich immer. Ach, jetzt braucht mein Fahrzeug. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Okay, jetzt bin ich da. Äh, ich glaub, ich zeig euch jetzt noch was anderes. Wow. Oh, mein Fahrzeug ist immer noch heiler. Oh, mein Fahrzeug ist immer noch heiler. Seid ihr den Katerrand? Und ich will nicht so schälen. Schöö, ne? Und, 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 und. Ah, fast. Dein Schiffblatt. Ja, sieht doch voll geil aus. Voll Hardcore-mäßig. Ja, Mann. Schaffst du's? Hast du's geschafft? Ja, klar. Wirklich? Ja. Ja? Ja, Mann. Ganz sicher? Ja. Ja. Ihr scheiß Scharfschützen. Oder Techniker. Scheiß Techniker. Ich schieße mir in die Eier. Voll durch die Beine. Und der ist trotzdem tot. Scharfschützen zielen auf mich. Alle erledigt. Okay. Ich nehm nochmal dieses Dingens. Gedöns ein. Und. Wär ich doch mal Techniker ein. Hätte ich das Teil reparieren können. Scheiß Schmonk. Und das ist auch übrigens geil hier drauf. in der Republik. Fragt mich nicht, warum ich den Droideka gerade Schmonk genannt habe. Ey, das ist doch. Wir machen unsere Parts richtig funny lang, ne? Cool, ne? Warum bleiben denn die ganzen Fahrzeuge? Wlippedodum. Noch da eine Granade. Ja, 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 ja. Jetzt ist die rausgegangen. Äh, ja. Das war nett von dir. Du scheiß Karriereinheit. Ey, 416 wieder. So viel vorhin auf Wunderbau. Was? Und Jente vor. 416 hat dich wieder erledigt. Das ist 415, ne, 7154. Egal, 416, dann hatte ich irgendwas mit 416 zu tun. Ja, alles wieder da. Alles komplett. Ich will nochmal da hinten hin. Na super, jetzt ist der schon Halbschrott. Du darfst auch nicht gegen die Wahn. Wahn böse. Wir denken daran. Ups, jetzt ist er noch mehr Schrott. Wir haben ihre Position falsch berechnet, Soldaten. Zurück in die Schlacht. Das ist easy. Das ist easy, Corp. Ah! Ich war drauf. Ich bin drauf. Wo bist du? Hier oben auf der Spitze. Ach so, da bist du. Wollt ihr auch nochmal zeigen. Natürlich. Ich war das viel geiler, als wir nicht aufgenommen haben und die obendrauf waren. Ja. Ich lande hier oben auf der Spitze. Fahr dann aus Versehen. Voll mit Vollgas bis da vorne hin. Das hängt da. Brennt, ich steig ein. Fahr nochmal hier hoch. Und ich lebe immer noch. Das war viel geiler. Scheiße. Und dann auch noch mehr Techniker. Jee, Mann. Ich... Du wirst nicht erraten, wo ich gerade gestorben bin. Wo denn? Auf der Spitze. Genau auf der Spitze da oben. Ja, das ist was beim ersten Anlauf auch passiert. Und ins Bein. Ja, hallo? Scheiß, du... Scheiß, der SKT, was will der? Uns. Ihr Arschlöcher. Kommt Herder. Und dann eben wieder nicht ausschützen. Hier ist Sögen und Zweifel. Das bleibt. Ja, hier sind ganz viele Sniper. Wir sind Todes. Einer hat hier ganz was geschmuggelt. Ich bin ganz sicher. Was drogen? Das ist wahrscheinlich. Ja. So ziehen die sind droide aus. Die sind drogensüchtig alle. Boah! Der schießt auf mich. Wie ist er drogensüchtig? Jetzt seil ich hier noch einen ab. Ja, komm schon. Weg mit dem Sniper. Voll ins. Und tot? Ist der Sniper tot? Ja, ich hab's geschafft. Scheiße, mein Fahrzeug ist da oben. Kommandoposten wird angekommen. Ich bin oben. Ich... Waaah! 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 Tobi? Ja? Was geht's? Hey! Hey, äh, Leute! Fahr! Waaah! Geil! Wuuushback tot! Waaah! Das ist auch mal wieder ein Gala-Part. Wae. Diesen Part hat es nicht aufgenommen. Ja, ich denke auch schon die ganze Zeit daran. Wer denn mein Computer tötet? Wie oft haben wir schon Jawi-4 gemacht, ne? Ja, das weiß ich. Äh, hab die Person als Smart zum Glück aufgenommen. Sonst hätte ich mein Computer getötet den Router hinterher. Als ich habe ja neuen Router bekommen, also... Ich bin zwar oben. Als ich habe ja schon lange Unity Media. Auf alle Unity Media, als müsste sie haben, kein Schleich. Ja, sondern ganz offensichtliche. Versteck ist ganz offensichtlich, da kommt dann niemand drauf. Ich verstecke gar nichts in meinem Zimmer, bei mir liegt alles irgendwo rum. Ja, bei mir auch. Da auch zeigt geraumer Zeit auch niemand mehr rein. Ja, außer ich? Bald? Nein, dort wirst du nicht rein. Ich war schon drin, ohne dass du es gemerkt hast. Du bist in Dortmund. Ja, jetzt bin ich in Dortmund, das stimmt. Ich bin weit weg von Dortmund. Ja, du bist doch in, äh, wie heißt es? Zell, ne? Ja. Das liegt doch irgendwo in Deutschland, ne? Ja, glaub ich. Ja, und Dortmund liegt auch irgendwo in Deutschland. Ja, irgendwo in Deutschland oder irgendwo in Deutschland. Ja, also sind wir fast Nachbarn. Was? Wo? Was ist Nachbar? Wer ist dein Nachbar? Wer ist mein Nachbar? Wer ist mein Nachbar? Wer ist mein Nachbar? Ich möchte keinen Namen nennen. Ich auch nicht. Ich bin stolz auf meine Nachbarn. Ich sag nur, er ist 32 und lebt bei seinen Eltern. Okay, bei uns ist das nicht so. Okay. Ei, oh, 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 oh. Cool, Null Muni. Cool. Wo bist du? Wo bist du? Ratshuickel? Bist du klar? Ah, mein Muni hat hier. Ja, tot. Äh, hallo? Du? Ich, ich hink da oben. Ja, so geil. Ey, der Bart wird übrigens lang, aber voll lustig. Ja. Ich hoffe, es wird überhaupt ein Bart. Okay. Ja, ja. Ja, du, du kannst ja schon länger als 15 Minuten hochladen. Äh, ich nicht. Dann machen wir halt zwei Parts draus. Warte, ich berichte zwei Parts, das wird eh nicht genau gleich. Weil, du hast mich von so umgefahren. Ey, ich bin nur voll ausgewichen, bin voll über die Mauer drüber. Ja, jetzt rollen wir nicht. Äh, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Hey, ich wirst du mal so, Yoda zu buchen. Ich will jetzt gerade mal mit dem Fahrzeug hier drauf und will jetzt mit der Jet-Truppe hier auf den Arm. Das geht auch. Und ein Picknick machen! Nein, Scherz. Ich versuche mal, wie weit ich hier hochlaufen kann. Also, das geht schon weit. Dike ein. Wow! Da oben konnte man nicht weiter hoch springen. Kann Yoda überhaupt Fahrzeug fahren? Nein, kann er nicht. Er hat keinen Führerschein oder was? Das ist es. Daran muss es liegen. Jetzt stirb! Haha! Er ist drauf! Nein! Der war von mir! Oh, Kacke! Egal, dann töte ich dieses Teil hier. Sie verlieren Verstärkungstruppen! Sie verlieren Verstärkungstruppen! Oh, Mann! Yoda! Und? Ja, vorgetroffen! Ich glaube, hier gibt noch Wind, ne? Sie verlieren Verstärkungstruppen! Weitersucht! Ne, ich bin dort froh! So, bevor wir den Part beenden, möchte ich noch meine Mama grüßen, meinen Papa. Hier ist gerade als explodiert, sah voll cool aus. Und wir versagen, in drei Minuten beschlossen. Sekunden. Hey, aber... Auf Wussern Raph! XD Tschau!